So, da sind wir wieder aus der Hermannstraße 141. Kara hat hier noch ein paar Weihnachtsgrüße zu versenden. Und, äh, ja. Ja, guten Tag Leute. Ich stelle euch heute diese richtig geile Arität vor. Fender Squire Stage Master 7. Siebenseiter Gitarre von Fender Squire. Unglaublich. Absolute Arität. Limitierter Run. 2000 bis 2002 wurde die alles insgesamt gebaut. Gibt es auch 6-Seite-Varianten von, ja, wie gesagt, besonder als 7 Seiten. Und, äh, Reverse Headstock und ich zeige schon ein bisschen, wie die klingen. Mächtig Gewaltig. Absolut, richtig fettes Teil, richtig geil und die wollten wir euch nur mal vorstellen, geil Tja Du könntest jetzt zum Beispiel auch einen bulgarischen Weihnachtsgruß senden Sitchkohu oder Sitchki Merry Christmas und Frohe Weihnachten, guten Rutsch und bis dann Ja, sehr schön Kommt in die Hermannstraße 141 Und auch Caracalliakra ist hier, also Alles Gute weiterhin und bis bald Tschüss